Na alle zusammen, mich hier ist wieder deutscher und höchst dir für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir einmal bei einem Event unserspielen können und zwar ist es der Herzzucher Mana Rochen und ja, den seht ihr hier hinter mir schon einmal und ja, man sieht es relativ unschwer, wir sind hier bei dem Event Liebe liegt in der Luft und das geht aktuell vom 5. Februar bis zum 19. Februar im Jahr 2024 und hier wurde dann auch dieses Mount eingefügt. Ich bin aktuell einmal vor Sturmwind und zwar etwa auf den Koordinaten 32,50 und während des Events sind hier einige neue Buden, wie ihr seht und wir haben auch einen NPC, bei dem wir uns ein paar neue Sachen kaufen können. Es gibt hier einige neue Toys, es gibt auch ein neues Pad und hinten bei den Buden gibt es dann auch noch einen Haufen so Timok-Geschichten, die habe ich mir aber schon gekauft und dann gibt es auch noch das Mount, was hier einen Haufen Marken kostet und zwar 270 Zeichen der Liebe und ja, ich habe mir die schon zusammengefarmt und das kaufen wir uns jetzt hier einmal. Schauen wir es uns an und dann erkläre ich euch, wie wir am besten die Zeichen der Liebe farmen. Also da haben wir das Mount, lernen wir es mal und sitzen gleich mal auf und wie ihr seht, das ist relativ gleich wie das, was ihr hier beim Händler daneben stehen habt. Ist quasi so ein Rochen, die kennen wir ja auch schon in verschiedenen Farbvarianten, diesmal haben wir ihn in so, ja, rosa-pink mäßig. Ist ganz nett, schaut auch nicht so schlecht aus und ja, ist natürlich ein Flugmount, wie ihr sehen könnt. Kein Drachenflugmount, also wir haben nicht Drachenreiten aktuell zumindest, aber zumindest normales Fliegen. So, wie können wir jetzt am besten diese Marken farmen? Das Event wurde jetzt grundlegend geändert, ihr könnt nicht mehr mit einem Schallendlos Marken farmen, sondern ihr habt eigentlich nur noch die Option, wenn ihr hier zu dem Event geht, am Anfang könnt ihr zwei Quests annehmen und diese Questreihe müsst ihr erstmal durchziehen, um dann quasi zwei Daily Quests freizuschalten. Wenn ihr die komplette Questreihe durchgezogen habt und die Daily Quests am ersten Tag erledigt habt, müsstet ihr so um die 170 Marken rum haben. Und dann können wir, wenn wir das einmal der Daily haben, jeden Tag zwei Quests machen. Die starten dann meistens hier vorne bei so NPCs, geben immer zehn Marken. Und ja, wenn ihr beide macht, habt ihr für jeweils von den World Quests einmal zehn Marken, also insgesamt 20. Dann könnt ihr noch täglich hier eine Instanz machen, und zwar das Event Dungeon. Da gibt es ja dann auch einen Mount und mittlerweile auch ein neues Manuskript. Und ja, da kriegt ihr so einen Sack quasi, da sind dann auch nochmal um die zehn Marken drin, würde ich sagen. Und die letzte Chance, die ihr habt, ist, wenn ihr hier dem Zwerg einmal 10.000 Gold spendet. Und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr einen Brief und da kriegt ihr auch nochmal zehn Marken pro Tag. Ihr müsst halt 10.000 Gold spenden. Und ob das jetzt die validste Möglichkeit ist, da die Marken zu farmen, sei jetzt mal dahingestellt. Dafür gibt es aber auch ein Achievement, wo ich schon auch ein Video dazu gemacht habe. Also es lohnt sich auch, das Gold quasi zu spenden. Nicht nur für die Marken, sondern auch wegen dem Erfolg. Genau. Und ich habe das jetzt innerhalb von, was haben wir jetzt, Event Tag vier, habe ich jetzt die 270 Marken zusammenbekommen. Heißt, selbst wenn ihr jetzt noch nicht angefangen habt, das Event geht noch. Eineinhalb Wochen könnt ihr das easy noch fertig farmen und euer Mount eintüten. Falls ihr die anderen Sachen auch haben möchtet, würde ich euch aber empfehlen, dass ihr das mit Twinks farmt. Ihr könnt immer diese Startquests mit verschiedenen Twinks machen und dann auch mit den Dailies anfangen. Da gibt es nämlich auch nochmal einen Toy, was ähnlich viele Marken kostet, auch die 270. Und auch nochmal einen Haufen andere Sachen, wie halt wie gesagt, ein Pad, noch weitere Toys, die ein bisschen günstiger sind. Und hier hinten bei dem Stand gibt es dann auch noch ein bisschen T-Mock. Da kostet, glaube ich, jedes Teil so 20 Marken. Heißt, am besten ist es, wenn ihr den ein oder anderen Twinkchen mitnehmt und das hier auch am Abfarmen seid. Gut, das war es jetzt eigentlich mit dem kleinen Guide-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tjela, bis dahin, ciao!